Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Wertetabelle ergänzen kann. Wir sehen hier ja schon ein paar Lücken, die wir noch ausfüllen müssen, aber lasst uns erstmal die Aufgabe lesen. Ergänze die Tabelle zu einer Wertetabelle einer linearen Funktion und gib die zugehörige Funktionsgleichung an. Wir sollen also eine lineare Funktion finden, die zu dieser Wertetabelle passt und dann auch noch die Lücken letztendlich ausfüllen, sodass das zu einer ganz speziellen linearen Funktion gehört. Das heißt, wenn wir uns die Tabelle mal anschauen, sehen wir hier ja in der ersten Zeile verschiedene x-Werte oder auch Lücken und hier unten in der zweiten Zeile bekommen wir verschiedene y-Werte. Und da sehen wir auch ganz schön, dass wir hier zum Beispiel ein Wertepaar haben, bei dem der x-Wert und der y-Wert ja schon angegeben ist. Genauso hier hinten sind beide Werte schon ausgefüllt. Und das sind jetzt zwei Punkte, die wir bekommen, durch die unsere Gerade, also unsere lineare Funktion, laufen soll. Zum Beispiel können wir den Punkt hier vorne einfach p nennen. Der muss auf meiner Geraden liegen, weil die Punkte oder die Werte sind ja schon gegeben. Und auch hier hinten den Punkt können wir q nennen, auch der muss auf meiner Geraden liegen. Wir müssen jetzt also eine Gerade finden, die durch diese beiden Punkte p und q verläuft. Wie ist so eine Geradengleichung immer aufgebaut? Das ist dieses y gleich m mal x plus b. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, m und b zu finden, damit wir eine Gerade gefunden haben, die zu diesen beiden Punkten passt. Und wenn wir die Funktionsgleichung dann gefunden haben, dann erst füllen wir die übrigen Felder aus. Also erster Schritt, m und b finden. Die beiden Punkte schreiben wir auch mal auf als Koordinaten. Also x-Koordinate wäre ja minus 4 und die y-Koordinate wäre 11 von unserem einen Punkt. Und von dem anderen Punkt hätten wir die x-Koordinate 4 und die y-Koordinate minus 1. Und durch diese beiden Punkte legen wir jetzt die Gerade. Man kann da verschieden vorgehen. Ich nehme jetzt mal den Weg, dass ich zuerst m berechne. Wie kann man m rechnen? Das würde man mit diesem Steigungsdreieck machen. Da gibt es ja eine Formel für, nämlich Delta y durch Delta x. Das bedeutet einfach nur, dass ich die beiden y-Werte voneinander abziehe und unten dann auch die beiden x-Werte voneinander abziehe. Welchen y-Wert ihr minus welchen rechnet, ist egal. Also ihr könnt sagen, den da minus den da. Oder, falls es euch besser gefällt, könnt ihr sagen, den da minus den da. Also die Reihenfolge ist egal. Ihr müsst es nur bei y und bei x gleich machen. Wir nehmen mal hier den zuerst. Also minus 1, der y-Wert, minus dieser y-Wert. Das wäre die 11. Dasselbe unten. Schön die Reihenfolge beachten. Hier den zuerst, die 4, minus hier der x-Wert. Das wäre minus 4. Dann rechnen wir das Ganze einfach nur noch aus. Minus 1, minus 11 wären minus 12. Und unten hätten wir 4. Minus minus wird zu plus. Also 4 plus 4 wären 8. Das können wir noch kürzen mit 4. 12 durch 4 wären 3. 8 durch 4 wären 2. Dann hätten wir minus 3 halbe für unsere Steigung schon mal gefunden. Dann fehlt jetzt nur noch b. 3 halbe habe ich jetzt schon mal für unser m hier eingesetzt. b können wir jetzt folgendermaßen berechnen. Wir haben ja zwei Punkte, von denen wir wissen, dass die durch oder auf unserer Geraden liegen. Wir können uns einen nehmen und hier einsetzen. Also so einen Punkt hatten wir eben auch. Nehmen wir einfach mal den. Der besteht ja aus einer x-Koordinate und einer y-Koordinate. Und die können wir hier eben für x und für y einsetzen und das b einfach ausrechnen. Was steht dann da? Für das y setzen wir 11 ein. Wie gesagt, ihr hättet das Ganze auch mit dem Punkt machen können. Könnt ihr euch dann auch wieder aussuchen, welche Zahlen euch besser gefallen. Also für y haben wir 11 eingesetzt. Dann minus 3 halbe. Für das x setzen wir minus 4 ein. Und hinten dran kommt plus b. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach b auf. Am besten berechnen wir erstmal den Teil hier. Minus mal minus ergibt plus. Und 3 mal 4 wären 12. Durch 2 wären 6. Das plus b noch. Und dann müssen wir nur minus 6 rechnen, damit das b alleine steht. 11 minus 6 wären 5. Also b würde alleine auf einer Seite stehen. Und wie gesagt, 11 minus 6 sind 5. Damit hätten wir unser b gefunden. Und hätten jetzt auch, wenn wir das hier einsetzen, unsere Funktionsgleichung gefunden. Mit der können wir jetzt die Lücken ausfüllen. Gehen wir mal auf eine neue Seite. Wir kümmern uns zuerst mal um diese Lücke. Der x-Wert ist gegeben mit minus 2. Aber wir sollen den y-Wert berechnen. Okay, wenn x gegeben ist, dann setzen wir das x einfach bei uns ein. Und dann kommt y raus. Also einfach die minus 2 rein für das x. Dann steht da minus 3 halbe mal minus 2. Und hinten dran noch plus 5. Rechnen wir das aus. Minus mal minus ergibt wieder plus. 3 mal 2 sind 6. Durch 2 wären 3. Und hinten die plus 5 dazu. Wenn wir das jetzt noch ausrechnen. 3 plus 5 sind 8. Und das wäre unser y für unsere Tabelle. Also einfach einsetzen. Wenn man die Funktionsgleichung hat, dann ist es relativ einfach, die Tabelle auch auszufüllen. Und die letzte Lücke, da ist jetzt x nicht gegeben, aber y ist gegeben. Die 3,5 würden wir dann halt für y einsetzen und dann nach x auflösen. y ist dann 3,5. Die rechte Seite schreiben wir so ab, weil das x kennen wir ja nicht. Das wollen wir ja rausfinden. Jetzt stellen wir diese Gleichung nach x um, indem wir minus 5 hier vielleicht rechnen. 3,5 minus 5 wären minus 1,5. Dann auf der anderen Seite hätten wir immer noch minus 3 halbe x stehen. Minus 1,5. Also man hat hier eine Komma-Schreibweise und einen Bruch. Dann würde ich die minus 1,5 vielleicht auch in einen Bruch umwandeln, damit man das besser verrechnen kann. Dann minus 1,5 könnte man, also wenn man gar nicht weiß, was das für ein Bruch wäre, könnte man minus 1,5 zu 15 Zehntellen erstmal schreiben, wegen dem Komma, das da stand, und dann einfach kürzen. Also mit 5 kürzen. 15 durch 5 wären 3 und 10 durch 5 wären 2. Dann hat man, dass da minus 3 halbe rauskommen. Falls ihr nicht wisst, dass minus 3 halbe eben die minus 1,5 dann waren. So, und jetzt müssen wir, um nach x aufzulösen, nur noch durch minus 3 halbe teilen. Also minus 3 halbe durch minus 3 halbe ergibt 1, weil das nur einmal da reingeht. Aber falls euch das auch nicht so naheliegend sein sollte, können wir es trotzdem mal ausrechnen. Also minus durch minus ergibt schon mal plus. Und 3 halbe durch 3 halbe rechnet man ja, indem man mit dem Kehrwert multipliziert, also mal 2 Drittel rechnet. Und da sieht man schön, dass sich alles weghebt und eben nur eine 1 überall übrig bleibt. Und dann ist es eben 1. Also mein x hier, wenn ich das auflöse, wäre 1. Und das kommt dann in die Tabelle rein. Und dann ist sie damit ausgefüllt. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei einem nächsten Video. Macht's gut!